Es gibt zwei Wörter in diesem Universum, die sind machtvoller als alle anderen. Diese beiden Worte sind Ich Bin. Denn alles, was wir auf diese Worte folgen lassen, erschafft unsere Realität. Die allerwenigsten Menschen sind sich jedoch über ihre Kraft bewusst, ein Leben erschaffen zu können, das ihre Träume und ihr wahres Potenzial widerspiegelt, weil sie angefangen haben, sich selbst in Frage zu stellen, weil sie an sich zweifeln und weil sie vergessen haben, wer sie in Wirklichkeit sind. Ich bin hier, um Dir zu sagen, dass es Zeit ist, aufzuwachen und eine kraftvolle Vision für Dich und für Dein Leben zu erschaffen und endlich für Deine Träume loszugehen. Ich bin hier, um Dich daran zu erinnern, wie powerful Du in Wahrheit bist. Ich bin hier, um Dir zu sagen, dass es Zeit ist, Deine wundervolle Einzigartigkeit und Dein Licht in die Welt zu bringen. Mein Name ist Laura Marlina Seiler. Ich bin Nummer 1 Spiegel-Bestseller, Autorin und Gründerin des erfolgreichsten Podcasts für persönliche Weiterentwicklung und moderne Spiritualität. In meinen Online-Kursen haben bis jetzt über 20.000 Menschen teilgenommen. Und meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich darin zu unterstützen, mehr sie selbst zu werden und in ihre volle Kraft zu kommen. Genau dafür habe ich das neue Programm I AM entwickelt, das Dir Schritt für Schritt zeigt, wie Du eine kraftvolle Vision für Dein Leben entwickelst und wie Du ab heute die beiden Worte Ich Bin so für Dich nutzt, dass Du voller Vertrauen in Dich Dein Leben erschaffst. In diesem neuen Programm werden wir in jedem der 10 Lebensbereiche Dein volles Potenzial aktivieren und alle blockierenden und limitierenden Glaubenssätze und Überzeugungen auflösen, damit Du eine kraftvolle Vision für Dich entwickeln und leben kannst, die Dich tief in Deinem Herzen berührt und die in Einklang mit Deiner Seele ist. Denn der Schlüssel zu einem wahrhaft erfüllten Leben beginnt immer damit, zuerst im Innen das zu werden, was wir im Außen erschaffen wollen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017